Willkommen zu Let's Play Minecraft und nach der mega langen Folge, also die Special-Folge, geht es nun weiter und man sieht, unser Inventar, das ist voll. Deshalb müssen wir einmal ins Lager und alles ausräumen. Eine schöne Aufgabe für den Anfang dieser Folge. Und dafür müssen wir rein, Lagerhaus, da ist das Schild. Und nun gilt es, alles was wir im Inventar haben, einmal hier zu sortieren, denn wir haben Ranken, warte, Grünzeug, das hat mir doch irgendwie sonderlich irgendwo hingetan, ja genau hier, da kommt einmal Ranken rein und Eichenlaub, Kakaobohnen, die können wir ja benutzen, um Kekse, glaube ich, zu machen, Cookies. Wie das nochmal funktioniert, weiß ich nicht mehr so genau. Ich packe das erstmal hier in den Ordner, ich wollte schon Ordner sagen, hier in die Truhe für Essen. Ähm, diese Truhe kommt auch nochmal weg, denn Essen soll ja hier eigentlich nicht rein, hier sollen ja nur Rohstoffe rein, wie zum Beispiel Stein, Holz und so weiter und so fort. Aber, so, provisorisch kommt das erstmal hier rein. So, was haben wir denn noch? Ähm, das ist ja unser, ja, so, unsere sonstige Truhe mit sämtlichen Sachen drin. Da kommt, ja, das ist eigentlich Grünzeug, deshalb muss das eigentlich hier rein. Nein, nicht die Kartoffeln, die wollen wir nachher noch verschlingen, essen. Mh, dün, 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 Wolle. So viel Wolle haben wir gesammelt, das ist mal echt cool. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das können wir gut gebrauchen. Aber so erstmal Wolle, ja, können wir erstmal hier reinschmeißen. Erstmal nach unten, denn ich glaube, ja, bald brauchen wir das wieder. Ähm, ein Bett kommt erstmal in die Holztruhe, die sich dün, 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 hier befindet. Holzmaterialien, dazu gehören auch Truhen. Das Bett, unter anderem das Boot, eine Werkbank, Schilder, also sämtliche Sachen hier. Das hier zum Beispiel, nein, das ist normales Holz. Das packen wir dorthin. Oder warte, hatten wir speziell was für Bretter? Ja, genau, hier unten. Aber gut, ist nur ein Block, das können wir auch hier drin lassen. Da sind wir mal nicht so pingelig. Warte, wir haben da noch Wolle. Und zwar sechs Stück. Und hier kommt nochmal das Tropenholz, packe ich auch erstmal hier rein. Denn es ist ja anderes Holz. Und das brauchen wir eventuell noch für die Kakaobohnen. Ich bin mir da unsicher, das muss ich nochmal durchlesen. Denn das weiß ich nicht mehr so genau. Und hier haben wir Erde. Das Navigationssystem, Anführungszeichen, ist ja ein Kompass. Daraus können wir ja noch eine Karte machen. Aber damit lassen wir uns erstmal Zeit. Stein können wir auch immer gebrauchen. Und Kartoffeln lassen wir auch erstmal drin. Warte, wenn wir hier schon Kartoffeln haben, dann können wir auch nochmal zurücklaufen. Denn daraus können wir ja Ofenkartoffeln machen. Und es wird auch gerade dunkel, deshalb passt das ja perfekt. Somit haben wir ein bisschen mehr Nahrung. Und wir haben ja sowieso dort vorne ein Feld mit Kartoffeln. Daher passt das ganz gut. Dann verbraten wir die mal. Ein bisschen ist sie ja schon. 24 Stück. Können wir irgendwann mal essen. Jetzt haben wir 52. Sieht ja hier so ein bisschen aus wie Brot. Bevor ich weiterrede und irgendwie ein Creeper da reinläuft, gehe ich lieber schlafen. Und in diesem Sinne gehen wir auch schon wieder zurück. So, lassen wir es erstmal. Und hier. Endlich ist unsere Rüstung vollständig. Das freut mich echt. Endlich, endlich, endlich. Und ich muss mich auch nochmal entschuldigen für die Special-Folge, die Spezial-Folge. Die am Samstag, den 26.11. eigentlich erscheinen sollte. Es war leider so, dass die Folge recht spät kam. Also fast am 27.11. Oder was heißt fast, sie ist am 27.11. erschien. Denn ich habe die erst Samstag morgens, also am 26.11. aufgenommen. Das war erstmal ein bisschen doof. Das hätte ich ein bisschen früher machen müssen. Und ich sage euch erstmal, was ich hier vorhabe. Ich mache hier erstmal einen Brunnen. Denn wir wollen ja hier noch eine kleine See machen. Also, ja, so eine Art Teich. Na gut, was heißt Teich? Das ist, ähm... Jetzt habe ich hier das Problem mit, äh, die See oder der See. Wir wollen ein See machen. So sage ich mal. Und zwar soll das hier diesen Platz hier einnehmen. Und dafür mache ich erstmal einen Brunnen. Ja, und... Was ich gerade eben erzählen wollte, bei der Spezialfolge. Ich habe ja dieses Aufnahmeprogramm. Und das spuckt mir eine Datei aus, eine Videodatei mit der Minecraft-Musik, also mit der Hintergrundmusik. Und den normalen Spielsounds von Minecraft. Und... Diese Datei ist echt groß. Zudem muss ich dann auch meine Stimme noch hinzufügen. Ähm, das nehme ich dann separat noch auf. Wir fangen hier schon mal an, während ich weiterrede. Also, ich nehme meine Stimme auf. Mit einem speziellen Programm. Und dann nochmal das Video. Und das Video von meinem Aufnahmeprogramm, das war 116 Gigabyte groß. Das ist ja eine ordentliche Summe. Und dann muss ich das Ganze noch rendern, also abspeichern. Heißt, mit meiner Stimme... Ja, so Zyndronen abspeichern. Dass man meine Stimme hört. Und auch das Video sehen kann. Und das war wirklich... ...ne Katastrophe. Denn das Video... Ja, ich bin... Ich habe es, glaube ich... Circa um... ...15 Uhr... Ja, kommt hin. Um 15 Uhr bin ich, glaube ich... ...damit angefangen, das zu rendern. Und da steht ein Creeper. Und es wurde fertig. Um halb zwölf. Abends. Das war ja mal echt... ...ne Katastrophe. Auch was ich jetzt hier mache... Jetzt habe ich das, glaube ich, schon fast zerstört. Nee, doch noch nicht. Können wir noch weiterverwenden. Ja, und das hat so lange gedauert. Das war echt furchtbar. Und dann musste das Video noch hochladen auf YouTube. Und deshalb kam das halt so spät. Und die normale Datei... ...also das normale Video mit Stimme mit... ...dem Video. Das war dann 10 Gig... Jetzt verspreche ich mich gerade schon wieder. Das war dann 10 Gigabyte groß. Also ist schon ein Unterschied. Ob man das rendert oder nicht. Sonst hätte ich ja... ...116 Gigabyte hochgeladen. Da lade ich lieber dann die 10 Gigabyte hoch. Und vor allem... ...man muss ja seine Stimme noch hinzufügen. Die Datei. Und... Ich glaube, ich setze einfach mal hier... ...überall Erde hin. Sieht, glaube ich, ein bisschen schöner aus. So. Dann können wir auch... ...en kleinen Hafen machen. Wohl hier wird das ja ein bisschen doof aussehen. Ich glaube... ...ähm... ...wir machen diese Fläche nochmal zu. Damit das alles einheitlich... ...auf... ...dieser Höhe ist. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht. Machen wir erstmal alles zu. Ja, und das war das... ...mit der Spezialfolge. Das war alles ein bisschen ärgerlich. Wir holen mal ein bisschen Erde. Damit wir da auch vernünftig weitermachen können. Ja, das war wirklich... Ah, das war ein Tag. Also der Samstag. Ich konnte auch nichts aufnehmen, weil... ...mein Rechner halt am Rendern war und... ...ich die ganze Zeit noch gehofft habe... ...hey, kommt das Video noch rechtzeitig raus? Und wann ist denn das Video endlich fertig mit Rendern? Und... ...oh, das war echt eine Katastrophe. Und es tut mir echt leid, dass das Video dann so spät rauskam. Das muss ich nächstes Mal ein bisschen anders machen. Da muss ich dann einfach mal... ...die Folge dann... ...einen Tag vorher aufnehmen. Oder... ...viel früher. Und dann über Nacht dann rendern. Oder abspeichern. Damit sich sowas nicht wiederholt, weil... ...ich wollte eigentlich schon ganz gerne, dass... ...das Video dann auch am... ...26.11. 2016 rauskommt. Oder raus... ...gekommen wäre. Aber es war ja dann letztendlich der 27.11. Aber... ...Hauptsache, das Video ist draußen. So weit ist es mittlerweile schon. Das ist gut. Ich stelle dir vor, dass wir jetzt noch immer am Rendern. Aber ich glaube, dann hätte ich abgebrochen. Und dann hätte ich, glaube ich, das Video aufgeteilt. Nein, so lange braucht das nicht zu rendern. Aber das Video ging ja auch eine Stunde. Und ich muss sagen... ...also die Folge hat echt Spaß gemacht. Die aufzunehmen. Wir haben ja eine kleine Reise gemacht. Und das war eigentlich ganz witzig. Vor allem mal... ...wieder das alte Dorf zu sehen. Dieses Dorf haben wir ja Moorblatt genannt. Warte, jetzt habe ich so wenig Erde mitgenommen. Ey, das war doch... Das war wieder gierenrissig. Kann man, glaube ich, sagen. Und sorry für meine verkorkste Stimme. Und wenn ich gerade so ein bisschen verpeilt rüberkomme. Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie ein bisschen erschöpft von der Arbeit. Heute ist Montag und... Also von mir aus ist jetzt Montag... Also, jetzt klang das gerade so, dass es von mir aus Montag wäre. Aber jetzt gerade, wo ich das aufnehme, ist Montag. Nicht, äh, von mir aus ist jetzt Montag. So. Ähm, ja. Irgendwie ist meine Stimme auch gerade ein bisschen komisch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und ich bin gerade echt müde. Es tut mir so leid. Und... Am liebsten würde ich die Folge nochmal neu anfangen. Aber... Ich habe jetzt schon so viel gemacht. Dann, äh... Lasse ich das lieber. Dann haue ich das einfach mal so raus. Und rede mich mal so raus. Mit der Arbeit. Ne, aber wenn man so... Den ganzen Tag am Computer sitzt. Bei der Arbeit. Und dann später noch ein paar Videos macht. Dann ist man auch irgendwann mal... Ja, was heißt kaputt? Man ist dann halt so ein bisschen... Ja, überanstrengend. Also die Augen sind ein bisschen überanstrengend. Und... Weil man halt... Warte, jetzt habe ich schon wieder den Film... Nein, ich habe zwei Stunden genommen. Ich dachte jetzt, hätte ich wieder nur... Einen Block mitgenommen. Und das wäre ja wieder doof gewesen. Ja, mit den Augen wird es dann langsam anstrengend. Weil die fangen ja auch irgendwann mal an zu brennen. Wenn man die ganze Zeit auf so einen Monitor guckt. Und hier ist es halt das Gute. Hier entspannt man sich so ein bisschen. Beim Let's Playen. Und bei der Arbeit ist man halt immer konzentriert. Und ich denke da... Ist es ein bisschen schlimmer für die Augen. Und vor allem für den Kopf. Weil so ja auch leicht Kopfschmerzen entstehen. Weil ich... Klar sind dann die Augen auch irgendwann mal beim Let's Playen dann überanstrengend. Aber... Das Schöne ist... Hier entspannt man sich. Hey, das... Das haben wir gut gelöst. Jetzt macht er es direkt weiter. Also übernimmt hier... Einmal mal ein Vorhaben. Heißt, wir müssen jetzt nicht überall mit dem Eimer hin. Das ist doch super. So können wir ein bisschen schummeln. Was heißt schummeln? Das Spiel macht es so. Daher... Aber schön, dass es hier so übernimmt. Diese reine Wasserfläche. So... Und das machen wir jetzt immer weiter. Bis dort hinten hin. Und dann könnten wir auch schon mal mit einem Boot... Warum gehe ich eigentlich immer da hin? Zum Brunnen. Ich kann ja auch hier einfach was wegnehmen. Und es dient ja auch so ähnlich wie ein Brunnen hier. Daher. Warum mache ich mir diese Mühe? Also warum mache ich das immer so mega kompliziert? Und es wird mir mittlerweile schon wieder dunkel. Das heißt... Dass wir... Mal wieder ins Bett gehen sollten. Ja, da hinten müssen wir wieder hin. Denn dort haben wir ja noch nichts hingesetzt. An Wasser. Boah, ich glaube, wenn ich gleich diese Folge fertig aufgenommen habe, werde ich noch eine weitere Folge aufnehmen. Boah, ich glaube, ich werde dazwischen erstmal eine kleine Pause machen. Eben was trinken. Und dann... Voll konzentriert die nächste Folge aufnehmen. Nicht so... Wie jetzt gerade. Schon wieder eine Katastrophen-Folge. Kann man, glaube ich, sagen. So. Hier möchte ich gerne rüber. Dankeschön. Und ab ins Bett. Nicht, dass wir noch irgendwie einen Creeper begegnen oder einen Zombie oder ein Skelett. Warte, wir könnten ein bisschen Essen mitnehmen. Oh yeah, alles fertig und wir haben richtig viel. Das ist echt klasse. Das freut mich. Ja, diesen Weg können wir auch weitermachen. Denn dafür haben wir genug Kies. Haben wir alles im Lager. Das wird, glaube ich, unser nächstes Projekt. Nachdem wir den See dann vorne fertig gemacht haben. Ich habe eventuell schon einen Namen für den See. Und zwar... Warte, wir machen das erstmal zu. Wie wäre es mit Mühlenberger. Oh, jetzt ruckelt es gerade. Nein. Weil ich habe die Sicht auch gerade wieder ein bisschen weitergestellt. Was heißt gerade? Das war... In der letzten Folge habe ich die Sicht ein bisschen höher gestellt. Von zwei Shanks. Da sieht man ganz wenig. Ich glaube, dann würde ich nicht mal das zweite Pferd hier sehen. Auf vier Shanks habe ich es gestellt. So sieht das dann halt aus. Und ich glaube, es halbiert sich so ein bisschen die Sicht. Also es wird dann da hinten so ein bisschen nebelig. Und das wäre dann halt schon bei zwei Shanks hier der Fall. Bei zwei Shanks. Oh, der Mega-Baum. Wir wollen die Mehrzahl natürlich nicht ignorieren. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wir müssen nun mal gucken, wie wir denn das da vorne lösen. Ob wir da einfach einen Damm bauen oder ob wir das einfach da mit so einer Art Wasserfall verbinden. Mal schauen. Da müssen wir aber erstmal hin. Vorher machen wir hier alles mit Wasser voll. Der künstliche See ist doch eine tolle Sache. Ist doch nicht schlecht, Herr Specht. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man sich gerade so ausgelaugt fühlt? Das habe ich gerade. Irgendwie schon. Einmal hier rüber. Und wir könnten ja auch bald eine Karte machen. Denn dafür haben wir genug. Wir brauchen dafür ja Zuckerrohr und ein Kompass. Und ich muss sagen, dass ich das schon mal ausprobiert habe in der Kopiewelt. Ähm. Und leider hatte ich das Problem, dass wenn man eine neue Karte macht, dass dieser Punkt, wenn man diese Karte aktiviert, nicht die Mitte ist von der Karte. Denn das ist dann irgendwo. Sucht er sich was raus und dann kann es sein, dass es auch abgeschnitten ist. Und hier ist das leider der Fall, dass das Erntehaus nicht mehr auf die Karte kommt. Also es ist nicht so, ähm, dass das Erntehaus auf der gleichen Karte ist wie das Angelhaus. Also das erste Haus, was wir hier gebaut haben. das Haus direkt am See. Diese beiden Häuser sind nie auf der gleichen Karte gewesen in der Kopiewelt, als ich das ausprobiert habe. Aber ich habe da schon eine neue Idee. Aber ich warte bis, ich warte noch, bis ich dann diese neue Idee umsetze. das kann dann noch ein Weilchen dauern. Und erstmal kümmern wir uns um solche Sachen hier, zum Beispiel um die Mühle und dann kommt irgendwann die Karte, weil die Karte wäre dann ja auch nicht aktuell. Können wir zwar aktuell machen, wäre nicht so das Problem. Aber wir kümmern uns erstmal um diese Projekte und jetzt geht es hier rum. Ich denke, wir machen das alles erstmal auf eine Schicht. Einmal hier weiter, die Strömung treibt mich nach hinten. So, 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 so. Und dann machen wir, glaube ich, gleich einen Damm. damit das Wasser nicht so frei ins Nichts strömt. Einmal hier hin. Somit bilden wir dann diese Fläche. Mist, jetzt haben wir keine Erde mehr. Gut, haben wir noch das Boot? Nein, haben wir auch nicht mehr. Warte, das könnten wir gleich holen, das Boot. Wir könnten hier schon mal Wasser setzen. Bis hier hin. Nein, das doch nicht. Nicht so. Hier und jetzt holen wir ein bisschen Erde und das Boot. La 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 und schon geht es ins Lager. Und ich denke, wenn wir die beiden Sachen geholt haben, beenden wir auch so langsam die Folge. Und dann trinke ich mal was und nehme dann schon direkt die nächste ... ... ... ... ... die nächste Folge auf. So, hier war Erde. Ich nehm ein bisschen mehr mit. Hier, komm. Was soll der Geiz? Du Geizkragen! Wie nennst du mich? Wo haben wir das Boot hingetan? Bei Holzmaterialien, oder? Genau. Was noch cool wäre, wäre so ein Bootsverleih. Oder so ein ... ... ... ... So ein Schiffsbau. Das wäre eigentlich ganz cool. Könnte man ja auch noch irgendwie hier hinsetzen. Aber mal gucken, wie man das dann umsetzt. So, Boot rein. Und schon hat man so eine künstliche... ...so einen künstlichen See. Da muss man aufpassen, dass man hier nicht runterfliegt. Aber das ist ja auch noch gar nicht fertig. Das machen wir einmal so. Damit hier auch eine gerade Fläche entsteht. Und dass hier die Gefahr nicht besteht. Dass man irgendwie hier mit dem Boot runterfliegt. Daher machen wir hier eine kleine Trennwand. Machen wir hier eine kleine Trennwand. So, so, so. So. Und dann machen wir mal eine Kurve. Und dann gilt es in der nächsten Folge, das hier ein bisschen schöner aussehen zu lassen, weil das sieht ja echt doof aus. Hier, das muss ja natürlich alles noch ein bisschen natürlich aussehen. Zum Beispiel so. Und jetzt ist es ja einfach nur so eine Wand aus Erde. und das sieht ja natürlich nicht so schön aus. Das korrigieren wir. So, der See wäre dann erst mal fertig. Und dann müssten wir hier noch mal ran. Aber das passiert in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. und bis dann ist mal ciao.